Ich bin da! Mensch, wow! Da gehen wir rein, die Bücher. Mach mal ein schönes Richtig in die Kamera. Das ist ja fürchterlich, Digga. Moin, moin, meine Aktivisten. Bist du Fortnite? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Also, wenn man sich jetzt den Stream anschaut, wie könnte der heißen, sag ich mal? Thomas. Geht schlimmer, Digga. Das sieht doch aus wie so ein Thomas. Dominik darf jetzt nur, und auch ihr gerne, dürften nur mit Ja oder Nein Fragen rausfinden, was es ist. Also, Dominik darf zum Beispiel sowas sagen wie, Ist sie jung oder alt? Ja, Moin. Perfekt, Digga. Optimal, Bro. Spongebob Synchronsprecher ist krass. Ja, das ist jetzt nicht die Stimme, die ich meine, die ich mir unbedingt aneignen will. What the f**k son? Nee, ne? Das ist ja wohl ein ganz großer Bitz jetzt hier. Also, ich meine, dass die 6,95 kosten. Das meine ich. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt jetzt. Hä? Das hab ich nicht kapiert. Ja. Oh. 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 Aber die Lady zum Lachen gebracht. Von daher alles richtig gemacht, Chat. Der Red von Redstone fuckt den beiden Kolben, aktiviert sich. Omega-Ludel. Also ich weiß nicht, Chat. Ich will gar nicht behaupten, dass Chef Strobel oder Rumatra unlustige Menschen sind. Aber ich glaube, den ihr Humor existiert einfach nicht auf dem Planeten Erde. Ich glaube, die sind schon mit ihrem Humor irgendwie auf dem Saturn oder so. So, satter Sohn. Wonach schmeckt das? Wonach schmeckt das? Komisch, ey. Klebrig. Also, es ist ein sehr tiefgründiges Thema, okay? Bist du bereit dafür? Nee, ich will es nicht wissen jetzt lieber. Wie sowas ist? Am liebsten spritze ich ihm stehen ab. Das heißt, ich stehe immer genau so und spritze in diese Richtung. Angenommen, du hast gerade wirklich mit der Zunge über den Tisch gedeckt. Dann könnte es sein, dass du morgen schwanger bist. So ein Ding ist das. Sieht 7 nicht aus wie Sat. 1? Ey, ganz ehrlich, ist tatsächlich nicht so schlecht. Der Ding-Clips skippt wahrscheinlich Inski das ein oder andere Mal zurück. Aber ich bin immun! Ich kann mir vorstellen, es öfter zu spielen. Außerdem klemmt meine Zeugtaste. So, ich sag's jetzt. Komm, mute damit, die es nicht hört. Wie findest du das Spiel? Wie ich das Spiel finde? Mhm. Ähm, eigentlich, ey, ich glaube, wenn man zu viertes spielt, ist es übel geil. Könntest du es dir vorstellen, öfters zu spielen? Wer von euch kleinen Bissner hat gesnitcht, hä? Ach, abonniertest du dich? Hallo! Hallo! Ähm, nee, warum? Hm, nur so. Interessant. Chat, finnit die Snitch, finnit die Snitch und Banzi! Hast du mich schon mal angelogen? Ja. Okay. Ja, ich weiß. Ich werde erst mal, äh, Scheiße, das Bruder. Ich werde simpel versuchen, die Trafikreiber, Treiber zu... Aaaaaaahhhh... ...konzentrieren. Die Nooo, den, äh, Trafikreiber. Boah, Bruder, ich hab'n neues. Lu... Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber die Monte Clips sind einfach die Besten. Da geht auch die Zurücktappe. So, den, äh, Trafikreiber. Boah, Bruder. Auch ich verspreche mit Montball, aber was Monte teilweise für Dinge abzieht, das geht auf keine Kuh. Bruder, ich hab'n neues. Louis Vuitton-Perfumung drauf, Digga, das riecht so lecker aus. Ich weiß noch, dass mich alle Winnie-Pooh genannt haben. Nee, weiß ich nicht. Hm, echt nicht? Nee, also, wann war das? In der Grundschule? Nach Nico's Dream. Warum haben die sich Winnie-Pooh genannt? Weil die meinten, irgendwer hatte reingeschrieben, dass ich ihn anschaue wie Winnie-Pooh sein Honig. So hab' ich geguckt, so. Aber ich kann dich nicht so anschauen. Walla, Krise! Haha, chillig, chillig, chillig. Ja, wahrscheinlich ist es auch noch genau meine Box. Wem wollt ihr verarschen? Monte Clips und mit deinen Clips die besten. Danke, Bruder. Hey, hallo, was passiert hier? Ja, mach' ich doch. Ey, ja, eine Minute, ja, komm. Boah, ich find's grad gar nicht witzig. Ich find's grad 0,0 witzig. Boah, mein Mate dreht sich schon wieder, hä? Max, bist du lost? Na, mir passt ja schon mal. Oh, der Ferrari stinkt's auch. Okay. Hätt' er jetzt nicht unbedingt sein müssen. Gut, Chat, wir sehen uns. Was spielt denn da immer? Am Sonntag, bleibt gesund, bleibt stabil. Schönes Wochenende wünsch ich euch. Schlaf gut. Und wir sehen uns. Wann sehen wir uns denn? Ja, am Sonntag. Am Sonntag sehen wir uns auch ganz entspannt. Balla. Balla, krank jetzt hier nach Belgien, Digga. Ich weiß, dass es Formel 1 ist, Chat, aber was spielt er da trotzdem? Was, Kinder? Wäre er so 40, Digga, und hätte schon weiße Haare und Bartwürdig fühlen, dass er das Ding Formel 1 spielt. Belgien, Belgien. Ja. Das Ding ist fried, Digga. Auf dem Weg nach Belgien. Jetzt noch nach den Fett und Pock. Holy shit, Alter. Pock. Die Jenny-Burger-Tour. Oh, was ist das für Kombi? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Warum hat der eigentlich immer so gute Laune, Chat? All right, drei, zwei, eins. Digga, bald ein bisschen Zuschauer, seit wann? Erstens, ich bin wieder auf Rieskanal zu streamen. Ach so, das war Dominik Björn. Äh? That's right, hit the road, Jack. Wow. Holy shit. Hallo, hallo, Digga, er fährt weiter zu, ist der dumm? Ich hab's über den Klicks, du musst den Kader eingreifen. Alter. Ich würde auch einen Beitrag zu eurem Stream leisten. Ii心وي 7,7,7 Oke Pass auf das wird ein easy, das wird ein Easy One Yap Spusches Moi moi, meine Agdiem Ich rede wirklich leise. Wirklich, also ich schreie. War 1 zu 1 gleich. Bin ich zu laut? Test, 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 test. Digga, du siehst aus, als wenn du... Digga, what the fuck? Camel-Tor hattest du, Digga. Ja, Digga, süß. Bruder, der zwitspannend ist. Test, test, test. Digga, ich hab das glaub noch nie gesehen bei einem Mann auf Twitch, ich schwöre. Waller-Krise. Digga, du siehst aus, als wenn du... ein Camel-Tor hattest, Digga. Cooler Pullover, danke dir. 55.000... Ja, was sollen wir spielen, Chat? Bist du... Alter, das kannst du nicht mit mir machen, Alter. Das kannst du nicht machen, Alter, wirklich. Nee, das ist nicht witzig. Jetzt müssen wir im Casino Cash machen. Bis zum Casino kein Unfall. Wie viel davon diese Chips gibt's eigentlich? Ich bin jetzt aber ganz sicher unterwegs hier. Uuuuh! 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 Ah, da haben wir sie. Was hat... also... die zwei... Wer, bitte? Wie... Nein, zwei Szenen haben nicht zusammengehört. Entschuldigung. Das ist nichts passiert. Was hab ich gemacht? Ich hab nichts gemacht. Das hat nicht zusammen... das hat er so geschnitten. Oh! Deswegen... Waller-Krise! Du wolltest du mir das Video nicht zeigen? Aber jetzt einmal kurz... Oh! Ist leider der Bildschirm ausgegangen. Ich weiß noch nicht. Okay, warum? Nein, es ist gar nichts passiert. Eine Sache musst du wissen. Und zwar... guck mal... Nein, nein! Ich... Das ist schon gemeint von Hugo, Digga! Ich seh's gut! Ich erklär dir jetzt was, okay? Der Bereich hier, der ist zugeschnitten. Der gehört nicht zu der Szene. Hungriger Hugo, der macht immer solche Zusammenschnitte. Ach nee. Die sind nicht echt. Okay, und du meinst, ich sollte das einfach abkaufen und sagen, ja, natürlich, selbstverständlich sieht ja genauso aus. Was müssen sie tun? Pfff... Pfff... Ah... Ah, Jungs, da schallert er ein Iced Out, 100k Armband und dann ist wieder Friede im Paradies. Kappa wappa schnappa. Wenn sie bei einer Nächtenfahrt auf freier Strecke Ermüdungserscheinungen spielen... Radio einschalten und halt... Ich bin so voll müde, auf einmal scheißegal, let's go! Ein Auge fällt schon zu, egal, gib ihm böse, Freunde, let's go! Digga, was ist das hier, was ist das? Sie wollen mit einem Automatik-Pkw-hydraulischer Wandler, bin ich Mechaniker geworden oder was, Bruder, woher soll ich das denn wissen? Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE, denke ich, oder? Weil das hört sich so Bonus an. Boah, das weiß ich jetzt nicht, Alter. Ja, okay, äh... Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen. Du hast Vorfahrt. Hä? Es sind nur 30 Fehlerpunkte, alles entspannt. Kein Konzept wurde ja gebannt, warum wurde der Main-Kanal von OrangeMorange nicht auch gebannt? Mimi zum Beispiel konnte sich ja auch keinen zweiten Kanal machen. Digga, wenn du die Scheiße geglaubt hast, dass kein Konzept OrangeMorange gehört, Digga, dann ab in die Wanne, nackt und weinend vor dich hin wichsen, Digga. Und vielleicht auch dann einfach den Twitch-Account löschen, Digga, wenn ist das? Bei mir, wer rein wieder in der Woche Ed- could ich nicht? Tschüss. 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 Tschüss! Tschüss.